Hallo zu einem neuen Video vom Bussey Yachtshop. Wir sind jetzt hier auf der Boots auf dem Stand von Hella Marine. Die haben eine neue Belichtung rausgebracht und zwar die Apelo Unterwasserleuchten, die wir hier sehen. Und zwar haben wir hier einmal die Variante mit 1800 Lumen. Die schalte ich auch mal kurz an. Ist relativ hell. Und dann gibt es hier oben auch noch die Variante mit 3000 Lumen. Die ist dann noch ein Stückchen heller. Das zeigen wir euch gleich nochmal. Hier sehen wir dann auch nochmal die 3000 Lumen Variante unter Wasser und vollen Betrieb. Wie ist die Farbe wechselt mit RGB, also Rot, Green, Blau. Da gibt es auch eine Fernbedienung zu. Damit kann man das dann einstellen, welche Farbe man hat. Oder man kann halt so einen Modus anmachen, dass es die Farbe wechselt. Ist eigentlich ganz nett gemacht und natürlich auch hundertprozentig wasserticht. Hier haben wir noch die 6000 Lumen Variante. Die wird jetzt sehr hell, wenn wir das einmal anmachen. Das ist dieses Ambientenlicht. Das verbraucht dann nur 1 Watt. Also sehr Batteriesparen, falls man dann abends einfach nur eine Teilzwischenbeleuchtung haben möchte.